Grey, was ist los? Warum kommst du nicht raus spielen? Was ist das? Warum musste er denn weg? Grey. Wir hätten ihn beschützen können. Wir hätten ihn nicht gehen lassen dürfen. Ich vermisse ihn auch. Hauptsache, er ist jetzt in Sicherheit. Geht rein. Geht rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gewähren ihm kein Obdach mehr. Es hat das Rudel verlassen. Und dürfte ich erfahren, wohin es gegangen ist? Es ist jetzt unter seinesgleichen. Es hat also den Dschungel verlassen? Ganz recht. Du und ich, wir haben keinen Ärger mehr. Und was am wichtigsten ist, wir haben Frieden. Dann hat sich das wohl erledigt. Es sei denn, ich lock ihn wieder her! Achela! Achela! Hab ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Ich wollte nicht, dass es dazu kommt. Ich hatte es euch so leicht gemacht. Ich wollte nur eine Sache. Und die habt ihr mir verweigert. Nun, das ist jetzt vorbei. Sagt es allen. Bis ich das Menschenjunge habe, sind diese Hügel meine Hügel. Ihr seid ja so uneinsichtig gewesen. Nun lernt ihr das Fürchten.